Orbital Supermax Episode 6 Gelesen von Cecilia Wings Als Ex-Quartiermeister auf OSP 4 hatte Nylund seinen Anteil an Leichen gesehen. Doch entgegen dem landläufigen Glauben lagerten sie die Körper von im Gefängnis gestorbenen Männern nicht ein. Stattdessen begann mit jedem Tod eine genaue Untersuchung. Und Nylund war dafür verantwortlich, den ganzen medizinischen Bedarf und irgendwelche anderen exotischen Bestandteile zu besorgen, die die Pathologen für ihre Untersuchungen brauchten. Er hatte Körper von Männern gesehen, die durch andere Gefangene erstochen oder mit Bleirohren zu Tode geprügelt worden waren. Und er hatte sogar einen Mann gesehen, der in einem der Heizungskanäle stecken geblieben war und langsam zu Tode gekocht wurde. Doch der Anblick, der sich ihm und der kleinen Gruppe Gefangener hier in der forensischen Psychiatrie bot, war anders als alles, was er je zuvor gesehen hatte. Leichen Männer und Frauen Manche trugen Werteruniformen, andere die dünne Abendbekleidung der Patienten. Einige der Gesichter waren zu einer Masse purpurfarbenen Fleisches geschlagen. Andere waren noch erkennbar. Einige lagen friedlich gegen eine Wand gelehnt, während andere den Blick des Entsetzens in den Augen hatten. Jemand hatte die Oberlichter zerstört und Stücke zerbrochenen Glases waren auf dem Fußboden verstreut. Nyland hörte Kayla Wyrick schluchzen. Die Therapeutin kniete neben einem jungen Mann mit entzündeten roten Striemen auf der Wange und starr gefrorenem Schrecken in seinen kalten, toten Augen. Sie sagte etwas zu ihm, das Nyland nicht richtig hören konnte. Da er bemerkte, dass sie etwas Privatsphäre brauchte, ließ er sie mit dem Toten allein und schloss sich Wes Morgan an. Der Söldner, den sie aus dem Hochsicherheitstrakt gerettet hatten, stand weiter unten im Gang und wandte sich zu ihm. Fühlst du das? fragte er. Existenzieller Terror. Ja, ich bin auch hier, erwiderte Nyland. Nein, Wes Morgan atmete tief ein. Die Mischung der Luft ist in diesem Flügel anders. Der Angriff von Käpt'n Kilkenny muss den Luftaustauscher beschädigt haben. Es gibt zu viel Stickstoff und zu wenig Sauerstoff. Und das kannst du riechen? fragte Nyland. Nein, gab Morgan zu. Aber ich fühle mich ein wenig betrunken. Du nicht? Das ist eines der Zeichen für eine Stickstoffnarkose. Oh Mann, wir müssen Herbie finden und so schnell wie möglich hier raus. Nyland drehte sich um und schaute auf das halbe Dutzend Männer in orangenen Overalls. Sie waren alle bewaffnet. Viele mit Gefängnistätowierungen auf Gesicht und Händen. Einer von ihnen, den sie einfach Schenk nannten, hatte das Weiß seiner Augen gefärbt, sodass er sie aus tiefschwarzen Augäpfeln anstarrte. Nicht der Typ Männer, denen man noch mehr Hiobsbotschaften verkünden wollte. Sie waren sozusagen der Feind ihres Feindes. Und sie waren irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass es am besten war, zusammenzubleiben, solange sie vermeiden wollten, die nächste Mahlzeit der Novodox zu werden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt begann die Entscheidung, etwas riskanter zu wirken. Was machen wir mit ihnen? flüsterte Nyland. Nichts. Morgan hob eine Augenbraue und sah über seine Schulter. Schau sie dir an. Bei der Waffenkammer haben sie noch abwechselnd versucht, das Alpha-Männchen untereinander auszumachen. Und jetzt? Sie haben mehr Angst vor Kilkenny als vor uns. Wenn Kilkenny nicht wäre, hätten sie uns beiden bereits in den Rücken geschossen. Seine Augen wanderten zu Kayla Wyrick, die inzwischen neben einem anderen Körper kniete. Und ihr hätten sie noch Schlimmeres angetan. Er hatte natürlich recht. Die Schlimmsten von diesem Haufen waren mit Fat Max zurückgeblieben. Nyland hatte keine Zweifel, dass Martin Kilkenny sie längst erwischt hatte. Und der Rest von ihnen? Sie waren nicht mehr als eine kopflose Schlange. Nicht so spannend wie eine Lebende, aber auch nicht so tödlich. Die kleine Gruppe machte sich weiter auf den Weg durch die forensische Psychiatrie. Es war kein großer Bezirk, aber die Gänge waren einander sehr ähnlich. Und es gab ziemlich viele doppelt gesicherte Türen, die zerschlagen worden waren. Oft unter persönlichem Einsatz des Angreifers, wie die blutigen Reste auf der Tür andeuteten. Immer wieder hörten sie Gelächter. Ein gestörtes, freudloses Gelächter, das so unfreiwillig wirkte wie ein Niesen. Schließlich fanden sie die Quelle des Gelächters. Einen schlanken Mann mit gelblicher Haut, der von Verbänden überzogen war, die er aus einem ungestürzten medizinischen Wagen gestohlen hatte. Er versuchte verzweifelt, die Wunden an seinen Händen und Handgelenken zu verbinden. Kayla Weirich kniete sich hin, um ihm Hilfe anzubieten. Sie schreckte jedoch zurück, als der wahnsinnige Mann ihr seine Handgelenke entgegenstreckte und sie das Metallarmband sah, das an einem von ihnen baumelte. Sie stolperte Nylands Arme zurück. Für einen Moment roch er Sandelholz und Rosen. Er erinnerte sich daran, wie sie ihr Parfüm am frühen Morgen aufgetragen hatte. Nie hätte er vermutet, dass ein Piratenangriff alles auf den Kopf stellen würde. »Was ist los, Kayla?«, fragte er noch etwas in Gedanken. »Seine Uhr! Sie hat einem Freund von mir gehört!«, sagte sie ruhig. Ihre Hand umschloss Nylands Arm so stark, dass es schmerzte, aber ihre Augen fixierten die des Patienten. Es war offensichtlich, dass der Leichnam ihres Freundes jetzt den Gang hinter ihnen schmückte. Einer der Gefangenen, Relic, schien zu derselben Erkenntnis gekommen zu sein. Vor nur ein paar Stunden hatte dieser sie noch mit seiner Reparaturpistole bedroht. Doch das Um-dein-Leben-Davon-Rennen vor einer Gruppe von Kannibalen war eine verflixt zusammenschweißende Erfahrung. Es war nicht so, als würde Relic sich um die Therapeutin sorgen. Vielmehr sah er sie als Teil seines Rudels an. Und jede Gefahr für sein Rudel war auch eine Gefahr für ihn selbst. Deshalb packte er den Mann am Bausch seines Operationshemdes und drückte den Lauf seiner Waffe in dessen Wange. Doch als der Mann nur mit Gekicher reagierte, feuerte Relic mit der Waffe gegen die Wand und drückte das jetzt zischende heiße Metall wieder auf denselben Punkt. »Du bist ein toter Mann! Er ist ein toter Mann!« Kayla Wyrick fing an zu weinen und Nyland drückte sie noch enger an sich. Der verrückte Mann begann zusammenhangslos zu murmeln und Relic wirbelte zu ihm herum. Nyland konnte erkennen, dass mehrere Injektionsnadeln in seinem Rücken steckten. »Norden, Osten, Süden, Westen, es ist Westen, oder? Nur nicht gerade. Westen, Westen, Westen. Ich bin auf Ha-Ha-Hei, Wes, oben im Himmel. Ich bin Ha-Hei. Du musst mir helfen, Wes, bevor ich falle.« Morgan hatte seine Waffe in dem Moment angelegt, in dem sich Relic bewegt hatte. Aber jetzt blinzelte er und senkte sie. Herbie? Die Augen des Verrückten verdrehten sich und sein Kopf neigte sich schlaff zur Seite. Morgan kam zwei Schritte näher. Herbie, bist du das? Was zum Teufel ist mit dir passiert? Relic blickte mit so geweihten Augen zwischen den beiden hin und her, dass Nyland das Weiß darin vollständig sehen konnte. Seine Waffe wechselte von dem Mann, von dem sie nun vermuteten, dass es Herschel Konitschek war, zu Morgan. Du kennst ihn? Macht ihr gemeinsame Sache? Relic drehte sich zu seinen Mitgefangenen um. Wir sind in eine Falle gelockt worden. Es dreht sich alles um ihn. Morgans Augen verengten sich und seine Hand umklammerte die Waffe. Was zum Teufel? Nyland erinnerte sich daran, was Morgan über die Atmosphäre gesagt hatte. Relic, fing er an und verwendete seinen Namen, um ihn zu beruhigen. Es gibt keine Falle. Das ist der Mann, den wir gesucht haben. Er ist der Grund, warum wir hier sind, Relic. Kayla Weirig drückte sich von ihm weg. Und Nyland bemerkte plötzlich, wie sehr er ihre Nähe genossen hatte. Ihr Freund hat meinen Freund umgebracht, sagte sie. Ihre Stimmung hatte sich augenblicklich von Verzweiflung in verbitterte Wut geändert. Wir nehmen ihn nicht mit. Die Wut von Morgan war von seinen anderen Gefühlen kaum zu unterscheiden. Außer, dass sie kälter war. Härter. Nyland wusste, dass er, wenn er jetzt nicht eingriff, Relic ohne Vorwarnung niederschießen würde und sie sich dann ihren Weg sowohl durch seine Freunde als auch die Patienten kämpfen müssten. Jetzt, Kaylee, äh, Kayla, korrigierte er sich schnell. Er war gegen die veränderte Luft in dieser Situation nicht immun. Es gibt keine Beweise dafür, dass er ihn getötet hat. Diese Nadeln in seinem Rücken. Offensichtlich wurde er unter Drogen gesetzt und zwar von jemandem ohne medizinische Ausbildung. Du hast zehn Sekunden, um die Waffe wegzulegen, sagte Morgan zu Relic. Er rieb den Daumen und Zeigefinger seiner waffenlosen Hand kreisend gegeneinander und der Gewehrlauf wechselte unmerklich die Richtung. Nyland hatte den Eindruck, Wes Morgan hatte einen Vorteil gegenüber Relic und nicht andersherum. Vielleicht erkannte Relic das auch, denn sein Ton war fast flehend. Er ist ein Irrer. Es wäre eine Gnade, eine Gnade für all diese Männer. Als er seine Waffe schwenkte, als würde er die komplette Station umspannen wollen, schoss Morgan ihm sauber durch die Schulter. Relics Waffe fiel scheppern zu Boden. Überrascht davon folgte Relic ihr. Doch Nyland stieß sie weg, bevor Relic seine Sinne zurückgewinnen konnte. Kayla folgte ihm einen Moment später und riss Relics Overall auf, um die Wunde zu untersuchen. Sie musste sich jedoch keine Sorgen machen. Wenn Morgan ihn hätte töten wollen, hätte er es getan. Nyland war sich sicher, dass die Wunde nicht tödlich war, höchstens eine vorübergehende Unannehmlichkeit. Lass mich dir helfen, Herbie, sagte Morgan. Nacheinander zog er ihm die Nadeln aus dem Rücken. Er schlug dem ehemaligen Patienten leicht auf die Wange. Wir müssen hier raus, Wes, mummelte Konitschek. Sie sind überall. Morgan nickte. Nyland seufzte erleichtert. Sie hatten den richtigen Mann gefunden. Und es sah so aus, als würden sie hier alle heil rauskommen. Er erhob sich. Doch stand plötzlich fünf schweren Männern und ihren Gewehrläufen gegenüber. Unwillig zu glauben, dass sie die Waffen auf ihn richteten, drehte sich Nyland um und entdeckte einen Haufen Menschen weiter hinten im Gang. Ein Dutzend Männer oder mehr standen am anderen Ende in blutbefleckten Schürzen, viele mit getrocknetem Sabber darauf. Ihr könnt jetzt alle eure Waffen auf den Boden legen, sagte einer der Gefangenen hinter ihm. Nyland begriff, dass die Waffen tatsächlich auf ihn und Morgan gerichtet waren. Wes Morgan hatte zwar das Leben von Relic verschont, doch sahen seine Kumpel dies offenbar anders. Man hatte auf einen von ihnen geschossen. Die kleine Allianz brach gerade auseinander. Nylands Waffe fiel zu Boden. Kayla Rywick sah zu den Gefangenen. Ihr Gesicht war viel zu feucht für Tränen. Da begriff Nyland, dass sie alle schweißgebadet waren, obwohl es hier nicht viel wärmer als irgendwo anders in der Station war. War das ein weiteres Symptom der giftigen Atmosphäre? Morgan hatte seine Waffe nicht fallen lassen. Und wie glaubt ihr, an denen vorbeizukommen? Fragte er und nickte über seine Schulter. Ein magerer Mann mit zu wenig Zähnen sprach. Sie sind nicht bewaffnet. Wir werden auf dieselbe Weise an ihnen vorbeigehen, auf die wir an euch vorbeigehen. Er lächelte und zeigte damit sein auffälligstes Merkmal. Ihr kommt nicht von der Station ohne sie, sagte Nyland. Und deutete auf Kayla Rywick. Ohne ihre Codes geht keiner von uns irgendwo hin. Sie haben recht, erwiderte die Therapeutin. Morgan und Nyland sahen zu ihr hinüber. Sie sprach nicht mit den Gefangenen. Sie sprach mit ihnen beiden. Keiner von euch. Sie tat einen zitternden Atemzug und streckte ihre Arme aus, als stabilisiere sie sich auf den Armlehnen irgendeines Throns. Dann wandte sie sich zu den Gefangenen. Ob es ihnen gefällt oder nicht, ich bin die einzige Hoffnung, die sie haben. Das betrifft jeden von ihnen. Und das bedeutet, dass wenn wir zusammenbleiben, wir auch zusammenbleiben. Ich schlage also vor, sie legen ihre Differenzen bei. Sofort. Damit drehte sie sich um und ging den Gang hinunter der Gruppe bewaffneter Patienten entgegen. Vielleicht war es die veränderte Atmosphäre. Aber alle folgten ihr. Sie folgten ihr, als wäre sie Moses, der durch das Rote Meer spazierte. Hm. Ich will verdammt sein, dachte sich Neiland. Wenn sich diese Gruppe vor uns nicht einfach teilt und uns durchlässt, ohne viel mehr als ein Wimmern von sich zu geben. Ich will es nicht mehr als ein Wimmern von ihr.